Ein Fluss braucht nicht mehr als ein Bett. Ich bin mir sicher, wir können dem Rhein dieses eine Bett schaffen. Wenn es funktioniert, ist es im Grunde ganz einfach. Der Rhein gehört hier nicht, der gehört uns. Ihr sollt es besser haben in Zukunft. Nein! Nicht dieses! Ich habe Ihre Denkschrift zur Rheinbegradigung gelesen. Ihre Arbeit ist für Baden von höchster Wichtigkeit. Niemals! Wir gehen Ihnen weg! Komm, lass doch nicht mehr den Leben!